Thema Nachhaltigkeitsmanagement. Meine Damen und Herren, ich habe die große Freude für Sie zwei Einheiten zu modernem Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen zu gestalten. Mein Name ist Günter Getzinger. Ich leite die Science, Technology and Society Unit an der TU Graz. Eine Unit, die sich unter anderem mit Nachhaltigkeitsforschung befasst, mit dem besonderen Augenmerk auf unseren Weg, auf unsere Transition hin zur Klimaneutralität. Im ersten Teil werden wir uns mit Grundlagen und Rahmenbedingungen des betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagements befassen. Mit Nachhaltigkeit, wir müssen uns einen guten, soliden Begriff von Nachhaltigkeit erarbeiten. Sie wissen, das ist mittlerweile ja ein Allerweltsbegriff. Es gibt aber solide Definitionen, die werde ich Ihnen vermitteln. Wir werden uns mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen befassen, dann im engeren Sinn mit betrieblichem Nachhaltigkeitsmanagement. Ein sehr spezielles, aber immer wichtiger werdendes Thema sind die Lieferketten, das Lieferkettenmanagement und last not least mit Nachhaltigkeitsberichterstattung. Auch dieses Thema wird in den nächsten zwei, drei Jahren sehr an Bedeutung gewinnen, weil entsprechende Rahmenbedingungen seitens der Europäischen Union in Vorbereitung sind. Zum Thema Nachhaltigkeit. Begonnen hat alles vor, sagen wir, 200 Jahren, 300 Jahren vielleicht sogar. Aus der Forstwirtschaft heraus wurde der Begriff Nachhaltigkeit quasi erfunden. Der moderne Begriff der Nachhaltigkeit stammt, das kann man wohl mit Fug und Recht sagen, aus dem Brundtland-Report, aus dem Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen, Our Common Future, 1987. 1987 ist also sozusagen die Geburtsstunde des Begriffs, des modernen Begriffs von Nachhaltigkeit. Wie ist er dort definiert worden? Es geht darum, so zu leben, unser Leben so zu leben, dass wir nicht die Lebens- und Erlebensmöglichkeiten künftiger Generationen gefährden oder überhaupt infrage stellen. Darauf aufbauend wurde das sogenannte Treusalen-Modell der Nachhaltigkeit entwickelt. Säule 1, ökologische Nachhaltigkeit. Säule 2, soziale Nachhaltigkeit. Säule 3, ökonomische Nachhaltigkeit. Diese drei Säulen sind nebeneinander gestanden, quasi gleichberechtigt. Da ist man draufgekommen, nach einer Weile, das kann so nicht stimmen. Wir müssen uns in unserem Tun, in unserem gesellschaftlichen, ökonomischen Tun, letztlich an ökologische Grenzen orientieren. Dieses Modell nennt man ausgehend von den planetaren Grenzen, den Global Boundaries, das Vorrangmodell der Nachhaltigkeit. Man gibt also eindeutig dem planetaren Rahmen, der uns vorgegeben ist, dem ökologischen Rahmen, der uns vorgegeben ist, die Priorität. Alles andere, gesellschaftliches Tun, wie man es aussehen mag, muss eingebettet sein, muss sich orientieren an den ökologischen Grenzen, die uns von diesem Globus vorgegeben sind. Und letztendlich, schon sehr, sehr pragmatisch, in der Umsetzung sehr, sehr nützlich, die Sustainable Development Goals, die von den Vereinten Nationen 2015 beschlossen wurden. Hier sehen Sie diese sehr berühmte Grafik, das Sustainable Development Goals. Es sind insgesamt 17 Goals und wie ich schon erwähnt habe, manche dieser Goals beziehen sich, dieser Ziele beziehen sich auf planetare Grenzen, wie zum Beispiel, und das ist heute und wird noch lange das Hauptthema sein, der Treibhauseffekt, wo wir erkennen haben müssen, dass die Atmosphärenchemie, die Atmosphärenphysik einfach so ist, dass es nicht verträglich ist, nicht zukunftsverträglich, nicht nachhaltig ist, immer mehr CO2 in die Atmosphäre zu pumpen. Die Atmosphäre erwärmt sich dadurch, CO2 fängt quasi die Strahlung der Sonne auf, lässt sie nicht mehr los, es wird immer wärmer, sodass der Globus irgendwann einmal unbewohnbar wird. Wann diese Kipppunkte erreicht sind, steht noch nicht genau fest, aber wir wissen es, wir müssen die globale Erwärmung unterdurchschnittlich 1,5 Grad Celsius halten können. Jetzt gleich zum betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagement. Hervorgegangen ist das Nachhaltigkeitsmanagement aus dem klassischen Umweltmanagement. Das wiederum setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Aspekten, unterschiedlichen Teilbereichen, historisch zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewachsen. Die Energiekrise, Krisen in den 70er Jahren waren Ausgangspunkte für Energiemanagement beispielsweise. Abfallmanagement ist dazugekommen, mittlerweile hochgradig verrechtlicht, also nicht nur in Normen genau definiert, sondern auch in Gesetzen genau vorgegeben, was Unternehmen diesbezüglich im Bereich des Abfallmanagements machen müssen. Wasser und Abwasser, diverse Emissionen, Schadstoffemissionen und eben jetzt in letzter Zeit hinzukommend das sogenannte Carbon Management, also das Management unseres Kohlenstoffeintrags in das Unternehmens, aber auch der Emissionen, die durch ein Unternehmen verursacht werden. Die Summe dieser Teilbereiche kann man als Umweltmanagement bezeichnen. Wie gesagt, genauestens definiert, beschrieben und auch Empfehlungen werden abgegeben in Umweltmanagementsystemen, wie zum Beispiel EMAS, das vielleicht berühmteste System, ein europäisches System, international hat sich durchgesetzt, die ISO 14001. Allen gemeinsam diesen Umweltmanagementsystemen und letztlich auch Nachhaltigkeitsmanagementsystemen ist der sogenannte revolvierende Charakter. Plan, do, check, act. Planung, Ausführung, Kontrolle, Optimierung. Dieser Kreislauf wird stets wiederholt. Immer wieder arbeitet man in diesen Kreisläufen, beginnt also mit einer Strategieentwicklung. Am Ende des Prozesses steht aber nicht ein Endpunkt, sondern eine neuerliche Zuspitzung, Verschärfung, Verbesserung der Strategie, Umsetzung der Strategie, überprüfen, ob die Ziele erreicht wurden und dann wiederum Verbesserung der Strategie. Orientieren tut man sich an den klassischen, Sie kennen das, Smart-Zielen, also Sie müssen messbar sein beispielsweise die Ziele, sonst sind Ziele halt, ja, Soft-Ziele, auch wichtig, aber wir wollen uns an harten, klar messbaren Zielen beispielsweise orientieren. Nachhaltigkeitsmanagement ist also kurz zusammengefasst, Umweltmanagement plus. Es kommt noch etwas dazu, nämlich diese Orientierung an den Sustainable Development Goals, an Zielen, die auch gesellschaftlicher Natur sein können. Diese Wechselwirkung, dieser Impact des Unternehmens auf die Gesellschaft, auf die Stakeholder, die uns umgeben, das ist die Herausforderung des Nachhaltigkeitsmanagements, des Umweltmanagements plus. Kurz ein paar Worte zu den Lieferketten, weil, wie gesagt, dieses Lieferkettenmanagement, unsere Verantwortung als Unternehmen für die Lieferketten, insbesondere upstream, also das, was angeliefert wird, was beschafft wird, was eingekauft wird, gewinnt massiv an Bedeutung. Wir anerkennen mittlerweile die globale Verantwortung im Rahmen unserer auch schon globalisierten Lieferketten. Kaum mehr ein Unternehmen, das nur noch aus der Region lebt. Mittlerweile sind die Verbindungen wirklich weit über den Globus verteilt. Aus dem Grund, wie gesagt, die Herausforderungen uns für diese Lieferketten, für unsere Vorlieferanten auch Verantwortung zu übernehmen, auch mit Vorlieferanten in eine intensivere Diskussion, was die Verbesserung der ökologischen Performance der zugelieferten Vorprodukte betrifft. Ideen, die es dazu gegeben hat, auch schon Konzepte, Cradle to Cradle, Cradle to Crave, also Produktverantwortung vom Beginn auf, von der Entstehung auch, von der Produktion auf, bis hin zum Abfall, also bis zur Abfallwirtschaft. Aus Abfall wieder nützliche Rohstoffe werden zu lassen, gibt es schon eine gute Weile seit den 90er Jahren. Manches davon hat sich durchgesetzt. Das Konzept, das jetzt eigentlich das modernste ist und beginnt sich durchzusetzen und Sie wissen es, in Ihren Unternehmen ist die sogenannte Kreislaufwirtschaft. Also man versucht, bei den Produkten, bei den Materialien, die verwendet werden, in Kreisläufen zu denken. Nicht mehr linear zu denken, sozusagen von den Rohstoffen aus den Bergwerken bis zur Abfalldeponie oder zur Abfallverbrennung, sondern zu versuchen, hier die Kreisläufe zu schließen, weil die Rohstoffe viel zu wertvoll sind, um einfach deponiert oder verbrannt zu werden. Bioökonomie ein anderes Schlagwort. Allmählich setzt es sich durch also die verstärkte Einbeziehung biologischer Rohstoffe, von Rohstoffen, die nachwachsen in unsere Ökonomie. Der pragmatische Ansatz für Sie im Unternehmen ist schlicht und einfach nachhaltiger Einkauf. Nachhaltig als Endziel gibt es praktisch nicht. Es geht immer um eine schrittweise Verbesserung unserer Nachhaltigkeits-Performance, nachhaltiger Einkauf, nachhaltiges Beschaffungswesen. Dort schlägt es auf in Ihrem Unternehmen, wenn man sich eben intensiv mit den globalen Lieferketten befasst und versucht, diese Verantwortung, die wir da an allen Orten haben, auch wirklich ernst zu nehmen. Ich komme zum letzten Punkt, zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich habe schon angedeutet, hier sind einige Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen in Vorbereitung. Nachhaltigkeitsberichterstattung wird zu einem Standardinstrument der Berichterstattung werden, als sozusagen Teil der nicht finanziellen Berichterstattung eines Unternehmens. Die finanzielle Berichterstattung, da ist eigentlich alles unter Dach und Fach. Wir wissen, was das bedeutet, wenn Quartalsberichte, wenn Bilanzen, wenn Gewinn- und Verlustrechnungen zu legen sind. Im Bereich der nicht finanziellen Berichterstattung, der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist manches noch im Fluss, aber vieles steht bereits fest. Zum Beispiel, dass man sich an der Global Reporting Initiative, GRI, orientiert. Das ist ein Dokument, das relativ klar festlegt, wie man vergleichbare Nachhaltigkeitsberichte zu machen hat. Mit vielen, vielen Punkten, die man erfüllen muss. Manche kann man noch weglassen, da gibt es noch keine klaren Vorschriften. Manche sind aber Kernberichterstattungspunkte, über die man berichten muss. Unter anderem eben auch über den Einfluss auf die Atmosphäre, sprich die Treibhausgasemissionen. Es geht um Transparenz im Hinblick auf ökonomische, ökologische und soziale. Das möchte ich betonen, das ist das Neue in Bezug auf Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung und soziale Leistungen oder Impacts. Es geht um ESG-Kriterien. Dieses Stichwort haben Sie sicher auch schon gehört. Es geht also um Kriterien im Bereich Environment, Social und Governance. Governance in diesem Zusammenhang bedeutet verantwortungsvolle Unternehmensführung. Es geht um die Einbeziehung von Stakeholdern, auch ein sehr zentraler Begriff. Das sind Anspruchsgruppen, die Ihr Unternehmen umgeben. Sie selber müssen definieren, müssen ausfindig machen, welche Anspruchsgruppen haben sie. Selbstverständlich sind das Kunden, sind es aber auch Banken, die ihnen Kredite geben und so weiter. Hier muss man in die Tiefe gehen. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung geht es darum darzustellen, wie man diese Stakeholdergruppen adressiert. In letzter Konsequenz geht es wie immer um Kennzahlen, um Indikatoren, um Jahresreihen. Es geht um eine Darstellung in sehr prägnanter Art und Weise, wie die Nachhaltigkeitsperformance Ihres Unternehmens aussieht. Soweit meine Damen und Herren eine rasche, knappe Einführung in die Begrifflichkeit Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich freue mich, Sie bei der nächsten Einheit wieder begrüßen zu dürfen.